Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Tutorial-Video von FaceScreenSIM. Heute schauen wir uns den Transport von Bauteilen an, wie kann man durch eine Anlage Bauteile transportieren. Dafür werde ich jetzt dann im Laufe dieses Tutorials eine Transportfläche einfügen und auch ein paar Sensoren, die diese Bauteile, die wir einfügen, dann auch bewegen. Und ich werde dann auch diese Transportfläche mit der Hand einmal steuern, um zu zeigen, wie sich dann dieser Bauteiltransport in FaceScreenSIM darstellt. Beginnen tue ich, wie erwähnt, erst einmal, indem ich eine Transportfläche einfüge. Dafür wähle ich eine etwas höhere Position meines Cursors. Die Bauteile werden, wie wir bereits wissen, immer auf den Cursorpunkt eingefügt, wenn man möchte, oder in der Welt. Und ich suche mir unser Transportelement aus unserem Bausteinkatalog aus. Und in unserem Fall ist es eben der Surface, da wir einen Transport der Bauteile durchführen möchten. Und ich wähle dabei eine Länge von 5 Meter, eine Breite von 1 Meter und eine Höhe von 20 Zentimetern. Und wie erwähnt, kann man eben am Cursor an einer Weltposition oder an der Selektion einfügen. Ich wähle jetzt eben die Cursor, Einfüge-Möglichkeit und drücke auf Insert und bekomme dann sofort die Transportfläche, mit dem wir diese Bauteile jetzt dann im Folgenden transportieren möchten. Und um das Beispiel noch ein bisschen interessanter zu machen, bringen wir jetzt auf unserem Surface auch gleich noch zwei Sensoren an, mit denen wir diese Bauteile, die wir transportieren, auch detektieren möchten. Hierfür drücke ich die Alt-Taste und die linke Maustaste und markiere somit mein Element, auf dem ich zusätzliche Bauteile jetzt anbringen möchte. Und ich wähle aus unserem Modellkatalog oder Bausteinkatalog jetzt eben den Sensor und füge diesen Sensor jetzt auf der Selektion ein und gebe meinen Offset von einem Meter und drücke auf Einfügen und wir bekommen jetzt den Sensor. Dabei stellen wir in F-Screen-SIM immer den kompletten Detektionsbereich der Sensorik dar, also das Detektionsfeld und können somit dann auch flexibel zwischen einem kapazitiven oder induktiven Sensor oder einer Lichtschranke eben mit einem Sensorobjekt arbeiten, weil man dann einfach nur angeben muss, okay, das Signal bei der Lichtschranke ist eben invertiert und bei den normalen Sensoriken eben nicht. Gut, unser Sensor ist etwas groß noch im Augenblick, also wir haben ja noch eine Größe von einem Meter auf einem Meter angegeben und ich werde diesen jetzt einfach mal optisch skalieren, also ich gehe auf unsere Kamera-Bearbeitungsmöglichkeiten und wähle dann Skalieren und man sieht sofort, der Cursor ändert eben seine Darstellung und ich kann jetzt durch Drücken und Halten der linken Maustaste dann eben die X-Achse und die Z-Achse dementsprechend skalieren, bis ich eben einen Sensor, der jetzt über den kompletten Surface-Bereich drüber detektieren soll, eben erstellt habe. Ich wechsle wieder in den Move und kann den dann auf unserer Transportfläche anbringen. Und wenn ich jetzt eben einen Sensor bereits definiert habe, dann ist es möglich, dass wir mit Copy und Paste arbeiten, um uns jetzt mehrere Instanzen unseres gewünschten Sensors zu erstellen, den wir jetzt bereits als R1 schon besitzen und wir markieren wieder mit der Alt-Taste und einem linken Mausklick eben unser Objekt, das wir kopieren möchten, drücken die STRG und die C-Taste durch Escapes, die selektieren wir erst einmal alles und drücken anschließend wieder mit Alt- und Linksklick eben das Element, auf dem wir jetzt die Sachen aus unserer Zwischenablage, die wir durch STRG und C jetzt gefüllt haben mit diesem Sensor, eben etwas einbringen können und drücken jetzt zum Einfügen aus der Zwischenablage eben die STRG und V-Taste und wir bekommen jetzt an der gleichen Stelle eben jetzt einen zweiten Sensor und den können wir auch wieder mit dem Alt- und Linksklick markieren und auf eine gewünschte neue Position schieben. Unsere Zwischenablage ist immer noch gefüllt, wir haben zwar jetzt etwas aus der Zwischenablage eingefüllt, aber diese Zwischenablage ist ja nicht entleert und wir wollen jetzt noch einen zusätzlichen Sensor und gehen noch einmal den gleichen Schritt, markieren mit Alt- und Linksklick das Hauptelement, auf dem wir etwas anbringen wollen aus der Zwischenablage, drücken die STRG und V-Taste und haben somit einen dritten Sensor. Natürlich kann man die Zwischenablage auch gerne über den Rechtsklick im 3D-Menü bedienen, also wir finden hier auch Copy, Paste, Cut, Delete und weitere Funktionen. Um jetzt unseren Surface noch mit den Bauteilen zu bestücken und ihn zu bewegen, füge ich zuvor noch ganz kurz einen Boden ein, um dass wir unsere Bauteile, die wir entlang dieser Surface-Fläche transportieren, nicht verlieren. Dafür gehe ich mit dem Cursor ein ganzes Stück tiefer und suche uns in unserem Bausteinekatalog eben einen Floor und wir erstellen uns jetzt einen recht großen Floor mit 5.000 auf 5.000 Meter und haben dann eben eine Bodenfläche, dass wir unsere Bauteile, die wir jetzt dann gleich einfügen, werden nicht verlieren. In dem aktuellen Beispiel mache ich es jetzt einmal so und bewege jetzt unseren, oder lasse das Band unserer Surfaces eben von Hand treiben. Also ich nehme wieder die Alt und den Linksklick und drücke anschließend die Tabulatortaste. Somit öffnet sich ja bekannterweise unsere Einstellungsfenster und im Einstellungsfenster findet man oben eben den Reif der Surface Control und hier habe ich eben die Möglichkeit für die X, für die Y oder für die Z-Achse eben eine Geschwindigkeit anzugeben, wo ein Transport stattfinden kann. Also man kann hier zum Beispiel ein X-Transport ausführen und dann anschließend ein Y oder auch sogar gleichzeitig, dann würde das Bauteil schräg fahren. In unserem Beispiel reicht es einmal, wenn wir nur die X-Achse bewegen, also ich schalte in den Handbedienungsbereich und wähle hier eine Transportgeschwindigkeit von 0,5 Meter pro Sekunde. Und anschließend gehe ich eben mit dem Cursor auf den Anfang unseres Objekts und wir sehen auch den Farbumschlag zwischen grün und rot jetzt. Grün ist der Transport in der positiven X-Richtung und der rote Farbumschlag zeigt mir wie immer an, hier ist momentan eine Handbedienung aktiv, also Signale, die zum Beispiel verbunden werden von der SPS, werden aktuell gebrückt oder forciert durch die Eingabe, die ich im Handbereich getätigt habe. Und ich nehme jetzt noch ein Payload, das ich eben jetzt aufbringen möchte für einen Transport. Ich sage eben an der Cursor-Position und wir wählen einfach einen 50 cm großen Würfel, also ich gebe hier in allen Achsen einfach mal 0,5 Meter an und wir nehmen unser Standardmodell und ich drücke auf Insert und man sieht, dieses Bauteil wird sofort transportiert. Die Sensoren detektieren aktuell jetzt das Bauteil noch nicht, das ist absolut klar, weil eben wir für diese Sensoren noch nicht vergeben haben, wie die Detektion eben sein soll. Also ich markiere jetzt zunächst erst einmal mit Alt und Linksklick das Bauteil, das wir transportiert haben, lösche es mit der Entfernen-Taste und markiere mir alle drei Sensoren auf einmal. Das Optionsfenster springt automatisch eben auf die Einstellungen für unsere drei Sensoren und wir finden hier oben gleich die Einstellungen, was unser Sensor detektieren soll und da gibt es zum ersten eben die Möglichkeit Bauteile zu detektieren, die zweite Möglichkeit wären eben Schaltfahnen zu detektieren, die dritte Bumper zu detektieren und was auch noch wichtig ist, wir können ja das egal, jederzeit invertieren und zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit nur Bauteile mit einer bestimmten Markierung zu detektieren und die Bezeichnung der Markierung könnte man eben hier in diesem Feld angeben. Gut, wir wollen jetzt ja eben die Payloads detektieren, die wir durch die Anlage fahren, also ich aktiviere jetzt für alle drei gleichzeitig Detect Payload, setze meinen Cursor wieder auf die Anfangsposition und kann durch Insert eben einen neuen Transport ausführen und wir sehen jetzt sofort, dass diese Detektion stattfindet und die Detektion ist bei uns akkurat, also wir wollen eine 100%ige Detektion der Bauteile haben, also ganz einfach kann man das mal zeigen, indem wir jetzt unseren Sensor mal schräg stellen und der eben dann mit der Kante eben dann beginnt zu detektieren und wir fügen noch einmal ein Bauteil ein, gehen wieder auf den Anfangspunkt mit unserem Cursor und fügen nochmal ein Payload ein und wir sehen jetzt genau, wenn diese Spitze dieses Bauteils dann eben unseren Sensor berührt, schaltet er ein und erst wenn er das komplett verlässt, schaltet er eben aus. Und das war es schon wieder für dieses kleine Tutorial, in dem einfach nur eine Transportfläche und die Erstellung von Sensoren auf dieser Transportfläche gezeigt wird und ich würde mich freuen, wenn Sie das nachbauen können und keinerlei Probleme haben. Wiederschauen!